Hallöchen! So funktioniert das doch alles? Jaja, hat die Capture Card... ...und mich. Super. Hat OBS hier nicht genommen. Aber dann geht's jetzt mal weiter. Ich freu mich schon total! Im letzten Sprecherpunkt aus. Hype! Hallo Nolan, schön, dass du da bist! Hör mich mal ein hier! Ja, ich weiß ja nicht, wie viel du gezockt hast, Alter! Ich hab gestern 6-Stunden-Marathon hingelegt! Wieso bist du immer noch vor mir? So, weiter geht's! Ach nee, da sind noch mehr. Wer hat's aber? Was sind das für Viecher? Was sind das für Viecher? Na, guck mal. Eine Minute... ...keine Minute länger als zu gestern gezockt, ja, ja. Was war denn noch mal anfällig? Nicht grad noch mal. Ja. Okay, was war denn noch mal anfällig? Nicht grad noch mal. Wenn die Kreatur eingeschüchtert ist. Na toll. Wie schüchter ich dich denn ein? Hey, ne, ich nehm mal ein anderes. Was? Und ihr wart... ...gegen... ...physische Attacken füllen sie nach... Achso, genau, Magie-Attacken waren's. Wir haben euch mal weiter... Man merkst aber auch viel Unterschiede in den Schwierigkeitsgraden. Achso, ja gut, das stimmt. Wenn du durch die Kämpfe schon da durchkommst, ist das natürlich... Aha. Und dann geh noch durch? Ja. Geh, ja, zwei Stunden ohne Sun-Reil. Du wirst es mir auch zwei Stunden ohne Sun-Reil? Ich will dich nicht! Nein! Nicht, dass nihilistische Wesen anvisieren darf! Oh, okay. Damage streckt das trotzdem nicht! Ich hab kein MP mehr! Mit Cloud! Oh mein Gott! Ich will schnell den Aether reinziehen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich find das nicht gut! Ich möchte hier aus! Hallo! Hey, was ist hier drin? Danke für nichts! Ach, das ist tiefer! Ich will Cloud! Hier! Hydra! Ah, da sind auch immer wieder andere! Cloud halt mehr, und zwar auch... Ach, ich hab schon wieder keine MP. Na, dann muss ich halt nicht weiter machen. Ach, f*** dich. Da. Find ich nicht gut. Na gut, Magie kann ich wieder nicht... Noch ein Äther. Oh, ja. Oh, ja. Das war's für mich. Oh. Halt doch wieder was. Ich krieg das viel Damage. Oh, ich krieg das viel down. Jan! Der Mentor! Marcel kommt gleich, meint der. Okay. Ich hoffe, dann ist er auch weiter. Was war das, was du? Das ist ein Witziger. Das ist ein Witziger. Ich habe mich nicht so gut, dass ich mich nicht so gut bin. Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Ich bin sehr nervös. Ich bin ganz normal. Aber ich würde mich noch ein bisschen sicher sein. Es ist egal. Es geht nicht. Jesse ist der Verlust. Was ist das? VIX hat sich bereits überlebt. Ich werde es nicht mehr in der Zeit. Ich werde es nicht mehr so machen. Ich werde es gut. Ich werde es nicht mehr überlebt. das stimmt das stimmt das stimmt ich will doch mit ihr sprechen ich sag bald gar nichts mehr ich hab's ja zwischendrin ausgemacht ich kann so anfangen ich brauch immer die cutscenes sehen halt fast genauso aus wie das game und das ist immer so ein bisschen ausrüstung abwesender die ausrüstung von gruppenmitgliedern die einmal deiner gruppe angehört haben lässt sich auch in ihrer anwesenheit anpassen so kannst du bei bedarf benötigte materie oder accessoires austauschen das gibt es hier doch aber nichts mehr zu tun oder keine nebenmessungen mehr was ist denn wirklich daaa gibt es irgendwas zu tun oh ja nett dass du hier bist hast du irgendwas neues nein das nicht so hier krieg ich irgendwo das dem ja bei dem da muss ich doch das ist ja nicht besonders günstig und für phoenix fehlten kunnischaden mit tränke haben wir mehr als genug gegenwärts auch so so ab geht's so 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 jłość so hallöchen marcel schön dass du da bist ich so erwischt noch ich Mirror projekt 16 wo ok dat es 2 über durch ich es dann jetzt wird Viel Spaß beim kommenden Abschnitt, Uf. Sobald ich Spaß habe an den noch herausfordernden Kämpfen, also servan sind ja noch nicht wirklich unfair. Ich muss mal gucken, ob ich weiter Waffenpunkte ausgeben kann für die anderen. Das war's für heute. Das war's für mich. Das Game hat viele Zwischensequenzen, oder? Ja. Wenn die alle skippt, dann hätte man hier, glaube ich, nicht so viel zu spielen. Das Original auch, oder weiß ich was nicht? Keine Ahnung. Original habe ich nie gespielt. Die fallen auch so auf. Das sind die einzigen Menschen in diesem Zug, die Waffe tragen. Ich will ja nichts sagen, aber... Ich bin nicht sicher. Das ist eine berechtigte Frage, finde ich. Warum liegt dort eine Materia rum? Einfach so? Hinzu? Das ist Square Enix. Denkt man an Kingdom Hearts. Auch wieder wahr. Okay. Okay. Warum jetzt das Ding? Okay, nochmal heilen. Das ist nie verkehrt. Doch. Okay, ich darf nicht weiter. What the heck, Zelda? Ja! Den Sinn darin, da habe ich jetzt auch gerade nicht so. Das heißt, ich darf jetzt die ganze Zeit ab Teile wechseln, um einfach mit Tifa und einfach mit Barret und wieder mit Tifa und wieder mit Barret zu reden oder was? Okay. Stimmt unter anderem nicht geklaut, weil ich meine, er ist ja mit dieser Fake-ID auch nachts durch die Kontrollpunkte gefahren. Was hat ihr euch? Das kann ich ja mal visiert. Das holen wir mal nach. Was hat ihr euch? Das kann ich ja mal visiert. Das holen wir mal nach. Ein kompaktes bewegliches Abwehrsystem mit Eigenantrieb aus der Abteilung für Waffenentwicklung. Lang integrierter Gravitationssteuerung kann es sich mit hoher Geschwindigkeit in der Luft schwebend fortbewegen. Es kann Eindrängliche verfolgen und aus der Luft angreifen. Wirksam sind Luft und Blitzen. Das klingt doch schön. Hallo? Ach, oh. Ja, Luft ist wirksam. Oh, da. Oh, da. Ja, ich bin der Leung. Oh, ich bin der Gehirimunion. Oh, das ist moyen. Du hast meinen Gehirimunium. Oh, jetzt bin ich dein Gehirimunium. Oh, du hast du gesagt, was du sagen. Ja, was das? Das ist wirklich nicht. MASCHst du hierher geschadet? Wir wollen Ende des Eindrängers, Ja, ich hab dich geholfen für das bewertes. Das ist die Wcke. Er war da nicht gerade das ganze Abteil voll mit diesem Viecher? Schubs! Taut der Retter! Wenn das gerade kein Thumbnail wird, dann weiß ich auch nicht. Das war's für mich. Oh, hey. Oh, hey. Ich weiß, dass er nicht so viele ist. Okay, okay. Okay. Creepy lachender Dude. Lass mich das mal mit den Thumbbells machen. Wollt' ich ja hier nur meinen Vorschlag dazugeben? Oh. Jaa. Nehmen wir Eis. Und die sind schon alle down, doll. Didn't expect that. Ist ja eigentlich was. Wird eben bei dem Abschnitt gar nicht geguckt. Oh ne. Oh, da drin ist er. Ist ja nicht so, als ob Cloud das einfach mit einmal schlagen... ...hut machen könnte. Jetzt nicht. Jaa. Ja. Oh, da drin ist er. Und dann aus dem Versuch. Jaa. Bist du mal. Jaa. Oh, da drin ist er. Ach, okay, ja. Ah, okay. Jetzt bin ich durch. Hallo. Okay, er hat wohl, glaube ich, eine Schwäche fürs Selten.